Die Duelle viel lustiger werden. So, speichern. Irgendwo. Was sagt überhaupt die Uhr? Ah, kann ich nachher dann gleich mal anfangen hochzuladen. Da, reparier den. So, ebne noch ein bisschen was ein. Was ist das überhaupt? Irgendwelche scheiß Baracken. Okay, noch mal speichern. Und dahinter fahren. Scheiße, ich komm gleich wieder. 20.000 neue feindliche Einheiten. Boah, die sind alle kaputt. Na? Und jetzt? Moment. Moment, wir hatten noch da gespeichert. Nö, ich will halt so ein bisschen was kaputt schießen und so, ein bisschen reparieren. Wir sollen sinnlos in die Länge ziehen. Schauen wir mal alles Kleinkrieg. Und ich kann ihn auch nicht wegschicken dann. Das heißt, entweder Sieger oder Spielerbruch. Egal. Und tschüss. Und ich krieg auch die Einheiten da hinten nicht. 5 Minuten. Ja, ich brauch nur eine. Ich brauch wieder nur eine. Und wir werden wahrscheinlich wieder zu wenig Zeit haben und deswegen verlieren. Äh, äh, woher kenn ich das jetzt? Und das ist noch so ein scheiß Raketenturm. Oh, und der repartiert so langsam. Egal, schieß mal noch die Panzerspannen kaputt. Ah, nein! Geht weg! Oh. Repriere den Panzer. Was ist das? Geschütz. Gefährlich. Ist das noch scharf? Was ist da unten überhaupt noch? Riesenbasis, Alter. 20 Milliarden Geschütze. Oh, jetzt seid alle tot. Vielleicht gibt's doch noch ein Artefakt. Wegen der Mauer, yeah. Geben Erfahrung. Egal. Hoffe ich, denke ich. Vielleicht. Äh, aktuell. 106. Ich glaub, das sind Kills, oder? Oder gibt's da so ein ausgeklügeltes Erfahrungspunktesystem, das ich nicht verstehe? Nein, ich glaub, es sind einfach nur Kills. Oder vielleicht doch nicht. Dumm, dumm, dumm. Ach so. Nein, fahrt weg! Jetzt fahrt halt weg! Mach! Mann! Bleibt halt noch länger stehen, oder? Oh, sag mal, stehst du immer auch da unten? Okay. Kann das gar nix werden. Oh, Bräferie, halt ein wenig schneller. Schlimm, das ist einfach nur schlimm. Alles kann man's nicht mehr sagen. Egal, lass mal den Turm da wegkommen. Das schafft er doch noch, oder? Noch drei Minuten. Komm, komm, komm! Ja, und jetzt seht er. Oh, ich bin zwei, mit. Nur eins, mit. Oh, ja. Oh, ich bin zwei, mit. Na, komm, mach den Bungerblatt. Das ist doch nur ein Bunger, komm. Speichern. Na, dass die Zeit auf einmal aus ist und... Das war jetzt auch jetzt noch ein wenig reparieren. Hier schießt du irgendwas kaputt. Na, komm. Nee, ich glaub, das, was der Commander macht, macht keinen Schaden. Das ist einfach nur so visuell. So, Gebäude einäschern, damit wir was sehen. An der Nase kratzen. Damit es uns nix mehr juckt. Können sie natürlich auch mal waschen. Nein, ich kratze lieber. Noch zwei Minuten. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's kritisch. Noch zwei Minuten. Unten gibt's wahrscheinlich eh nix mehr, aber... Was? Ah, Anlari. Da gehen wir weg. Ah ja, richtig. Deswegen bin ich da hervorragend nicht runtergefahren. Aber das Gebäude treffen wir aber noch. Komm, das treffen wir noch, oder? Hopp, fahrt weg. Fahrt weg. Boah. Ich setze nicht, wenn der Trab draufkommt. Ah, das ist, dass ich automatisch von den Gruppen trenne. Das kotzt mich an. Pisst euch. Ja, sind noch alle da. Noch mal speichern. Und mich würde aber jetzt echt interessieren, ob da unten noch was ist. Also außer jetzt ganz viele Türme, die mich töten wollen. Noch eine Minute. Ich fahr einfach mal neil. Nö, das ist nur noch Artillerie. Nö. Gibt's nix mehr interessantes. Oder? Nö. Nö. Da ist nix mehr. Da ist nix mehr. Okay. Scheiß Muck. Missions-Timer aktiviert. Okay. Noch eine Minute. Wann kriegst du seine nächste Erfahrung? Äh, Beförderung. Ich glaub, das ist ja das erste Mal, dass die Einheit noch höher als professionell ist bei mir. Wow. Das hab ich echt gerockt. Ey, warte mal. Kann ich das da auch kaputt schießen? Ja, ich kann Autofrax kaputt schießen. Erzähl aber leider nicht, wie's aussieht. Ist da unten noch irgendwas? Dö. Also schnappen wir uns alle Einheiten. Fang ganz schnell dahinter. Hoffen wir, dass wir's noch schaffen, ja. Wird eng, wird eng. Oh, das wird diesmal verdammt... Boah. Ey, die Flasche will nicht aufgehen. Oh, ich brauch noch was zu trinken, sonst wird durch dich. Ah, jetzt. Okay. Okay. Na komm, warte her. Schnell, schnell, schnell. Oh, ja. Das will ich hören. Ja. 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 Mission 2. Spiel fortsetzen. Kommande, wir empfangen gerade verschlüsselte Signale vom Kollektiv. Entschlüsselung läuft. Föger des Kollektivs. Wir können nun die eindringlichen Bekämpften, die unsere Länder verschmutzen. Die Anhänger des Projekts sind kein Teil der Maschine. Ihnen wurde der Segen verweigert. Wir, die wir die Macht der Maschine gesehen haben, haben die Verpflichtung, solche schwachen Kreaturen hinwegzufegen. Sie sollen von der Macht des Kollektivs zerschmettert werden. Föger des Kollektivs. Er kämpft und zerstört all jene, die sich der Maschine widersetzen. Kürpft. Kommande, wir orten Luft- und Bodenstreitkräfte, die sich vom Norden her nähern. Halten Sie Ihre Stellung und wehren Sie die Angriffe ab. Suchen Sie anschließend die nördlich gelegene Basis des Feindes und löschen Sie sie aus. Missionstimer. Wieso sind alle unsere Freunde so nervtöten? Die kommen andauernd zu Besuch und fressen uns den Kuchen weg. Egal. Kann ich was Neues erforschen? Heute noch nicht. Was ist das los? Sprich Deutsch mit mir. Egal. Das war's für heute erst. Geil, das hat ja überhaupt keinem mehr zugewiesen. Da oben hätte ich auch noch ein paar Türme hinstellen sollen. Oh, das sieht so fett aus. Egal. Zwei Stunden wieder. Das können wieder längere Missionen werden. Egal, die werde ich heute nicht mehr machen. Die werde ich dann, was weiß ich mal, angreifen. Egal, das war's für heute. Mit Warson 2100. Dann bis zum nächsten Mal.